so da sind wir auch schon bei der nächsten aufgabe nämlich füge scheusalen auf einer beliebigen vorgestellten insel schaden zu diese scheusalen hatten wir schon hier oben in der aufgabe hier eliminiere scheusale da sollten wir ja viel verschiedene gar nicht wir sollten 250 töten so war die aufgabe meine ich dafür müssen wir kreativ modus in die eine bestimmte map so dafür gibt es aber derzeit ein bestimmtes problem nämlich dass die aufgabe einfach nicht zählt das ist mir bekannt also hält es nicht direkt wieder in den kommentaren sowie bei den letzten zwei videos leider es ist bekannt ich zeige einfach nur wie es funktioniert wenn es funktioniert ihr seht am hand des titels dass es derzeit verbuggt ist genauso wie der ressourcen sammeln wo ihr die ressourcen sammeln müsst die aufgabe ist auch leider verpackt dafür funktioniert jetzt wieder die aufgabe wo man in fünf verschiedene sag schon auf fünf verschiedenen inseln muss aber für hier die aufgabe mit dem schaden muss man halt hier rein das ist die mittlere einfach hier rein danke aurel p für dein abo du hast es geschafft so details ausblenden wie gesagt ich werde ganz kurz zeigen was damit gemeint ist aber eigentlich ist es ja schon klar aber die leute fragen halt doch immer wieder gerade weil sie nicht wissen wo sie rein müssen deshalb falls du weißt wie es geht danke für zuschauen ich zeige es nur gerade denen denen es auch wichtig ist so dann haben wir jetzt erstmal die waffe und wie gesagt wenn ich auch dir schon öfters mal helfen konnte gern mal ein abo da lassen kostet dich ja nichts unterstützt mich natürlich und alle anderen auch die hier mit dazugehören und falls du einen skin gewinnen willst auch die glocke aktivieren denn am freitag zwischen 18 und 19 uhr verlose ich nämlich einen skin aber dafür definitiv mir schon mal eine freundesanfrage schicken an ihr seht oben links den namen falls ihr das nicht merken die euch das nicht merken könnt macht kurz pause schreibt euch den namen auf oder geht schnell fortleid rein und schickt mir eine freundesanfrage weil sonst kann ich euch leider keine skins schicken so so das wären jetzt 68 schaden 34 schaden 68 schaden ja daran sieht man der modus ist derzeit schwer verpackt weil die machen einfach gar nichts dumm sind die auch nicht schlecht aber wir sehen ja die aufgabe zählt leider immer noch nicht genauso wenig war ich probiere es mal aus ressourcen sammeln funktioniert leider auch noch nicht aber wie gesagt schaden machen einfach wie hier sagt sagt das ist halt gemeint mit schaden machen und für die die immer noch sich fragen wegen der ressourcen aufgabe falls das mit dem holz nicht funktioniert ich denke mal aber nicht dass das so gemeint ist dass wir die munition einsammeln müssen weil munition ist eigentlich keine ressource und da würde ich sagen was das eigentlich auch schon zu der zu dem video weil wenn im titel nicht mehr steht verbuggt dann ist die aufgabe definitiv wieder machbar ich werde auch dann hinschreiben jetzt jetzt wieder aktiv in dem sinne also in dem sinne wie gesagt wenn ich dir damit der info schon mal helfen konnte gerne abo dalassen und in dem sinne viel spaß mit den aufgaben die derzeit funktionieren und haut rein